Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crafttopia. Ich stehe hier an meiner automatischen Eisenproduktion, die ordentlich farmt. Allerdings ich weiß nicht wie viel ich hier drin habe und ich habe hier auch keinen Weg nach oben, deswegen holen wir uns mal ganz kurz ein paar Steine und ich hoffe das reicht. Wir bauen uns einen kleinen Aufgang dahin, zumindest eine Plattform. Denn ich möchte in der Folge gerne einen automatisierten Ofen herstellen und ich weiß nicht was ich für Ärzte dazu brauche. Ihr seht es auch hier unten, ich habe auf der Insel schon ein bisschen abgegrast, denn ja wie soll ich sagen, ich habe die Eisenproduktion einfach nicht mehr gefunden. Und ja, also in der Folge will ich einen automatischen Ofen bauen. Die Insel hat auch keine Bäume mehr, wie ihr seht, alles weggeholzt. Hier ist noch mehr Eisen, das nehme ich natürlich alles noch mit. Wo ist das Portal? Ich bin da. Da ist das Portal. Okay, einmal über den Berg. Das muss ich doch hinkriegen. Oh, Eisen. Das lassen wir jetzt erstmal liegen. Wir wollen erstmal zum Portal. Das müsste da sein. Aber hier das Eis nehme ich noch mit. Das schreit schon förmlich nach mir. So, Kupferkiste ist ja randvoll. Da brauchen wir erstmal gar nichts mehr davon. Hier ist unsere Base. Ja, automatischen Ofen. Ich würde das gerne so bauen, dass ich eine Kiste habe, wo ich alles rein mache. Da wird es rausgepusht auf dem Fließband. Dann geht es in den Ofen und vom Ofen aus geht es wieder in so eine riesen Kiste. Und ja, mal schauen, ob das überhaupt was wird bei mir. Oder ob es ein totaler Reinfall wird. Apropos Wasser. Auf der Map habe ich auch schon ein Weichen rum geguckt. Oh ja, da haben wir ein bisschen was. So, du bleibst da drin. Hier haben wir auch wieder was fertig. Wow, ich kriege maximal 40 Wassergläser hin und ich muss 5000 hinkriegen. Mann, das wird aber einiges an Zeit dauern hier. Oder ich müsste noch mehr Brunnen dahin bauen. Das wärs. Ja, wundert euch nicht, warum hier ein Pott steht. Ihr seht, ich muss hier mal das ganze Fleisch durchrattern lassen. Hinten habe ich natürlich auch wieder ein bisschen was reingeworfen und hergestellt. Was muss, das muss. Ähm, Tiere. Ja, ich habe nur noch ein Schaf da drin. In meiner Batterieproduktion. Aber ich glaube mal nicht, dass wir, oder ich glaube mal nicht, dass ich da noch irgendwas brauche. Weil wir haben eigentlich erst einmal mehr als genug Batterien. Heiliges Wasser. Okay. Könnten wir uns auch mal ein bisschen was herstellen. Ich weiß nicht, was das kann. Ähm, Baumaterial war hier drin. Ach du ahnst es nicht. Ich muss erstmal hier ein bisschen was durchbrennen. Ähm, Eisen. So, da gucken wir mal, was der automatische Ofen alles braucht. Ähm, der ist, der ist, der ist... Der ist... Wo? Ähm... War es der? Ne, das war die Assemble Machine. Okay. Hier, automatischer Ofen. Ein Stein-Furnace. Da brauchen wir einen Stein dazu. Wow. Steine haben wir hier. Ich glaube, das müsste sogar schon ausreichen. Wir brauchen 10 Stück. Ähm, Steinofen. Ähm, Steinofen. Und dann brauchen wir... Ich brauche 6 Steinöfen? Ähm, okay. Konvoiabelt. Kupfer, Eisen, Silber. Kupfer, Eisen, Silber. Kupfer, Eisen, Silber. Kupfer. Silber. Ähm, noch mehr Stein. Und sowas da. Ach komm, wir stellen einfach mal ihn her. So. Ähm, noch 5 Stück davon. So, da gucken wir mal. Was macht denn das Wasser? Ähm... Da ist es. A priest blastes bottle of water. Blablabla. Palim palim. Uff, uff, uff. Ähm... Irgendwas mit der Hölle. Okay. Dann kommst du da rein. Du kommst da hin. Kann ich das... Nein, ich kann euch natürlich nichts decken. Nice. Ähm... Oh, da war noch was. Das hier. Oh, die sind wieder randvoll. Äh... Dut, dut, dut. Wow. Das ist eine Menge. Ja. Das ist mal eine Menge, würde ich sagen. Ähm... Salz kommt auch noch dort rein. So, die Dinger haben wir. Was fehlt noch? Eisen. Zehn Stück. Hammer. So. Wollen wir mal gucken, wie groß der Spaß... Ach du... Ähm... Ähm... Ja... Ähm... Okay, der hat nur 5 Slots. Kontrollpanel. Der braucht... Ach ne, warte mal. Hier kann man jetzt Holz herstellen. Okay. Ähm... Was passiert, wenn ich jetzt hier Erze reinwerfe? Äh... Haben wir irgendwo ein einzelnes Erz? Äh... Take 1. Alt... Und... Das da. Das geht auf jeden Fall rein. Aber der macht mir... Äh... Äh... Hallo? Warum? Der macht mir einfach nix. Ähm... Das ist jetzt natürlich kacke. Äh... 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 Large Scale Equip... Äh... Operation by Team of 3 Fairies each. We're gonna switch in the every... For... Äh... Acht Stunden. Neh... Automatischer Ofen. Dazu brauchen wir den Steinofen. Der... An... In dem kann man ja, ähm... Ähm... Erze brennen. Warum... Kann man das nicht in dem machen? Aber man braucht ordentlich Erze dafür. Das ist grad irgendwie... Äh... Keine Ahnung. Okay. Wir brauchen ne Werkbank. Ich stell mir die Maschine auch gleich noch mal ganz kurz her. Vielleicht kann man ja das irgendwie anbauen und was damit machen, ne? Äh... Ähm... Blacksmith brauchen wir einmal. Das hinten kann man wieder einsammeln. Und gleich das nächste herstellen. Ähm... Blacksmith, ein Loom und ein Heater. Da brauchen wir noch Leder und Schafswolle und dort brauchen wir Taloon. Also Krallen. Ähm... Ähm... Schafswolle, Leder... Taloon. Dann einmal den da. Einmal den da. Und... Diese Maschine. Der ist jetzt auch wieder auf der Nummer 6. Ach du Heimatland. Wie groß wären denn die Maschinen hier bitteschön noch? Ähm... Was kann man hier drinnen jetzt so machen? Ahhhh... Man kann jetzt hier drinnen alles herstellen, was man... Ähm... Wofür man sonst an die ganzen Maschinen muss. Interessant! Das heißt, ich kann nicht... Ah, doch hier. Ahhhh... Okay. Ich würde sagen, wir müssen uns hier hinten ein bisschen erweitern. Und dazu brauchen wir natürlich Baumaterialien. Ähm... Die dort denn noch? Das... Und... Das erste Mal. Halt... Natürlich wieder die Hälfte vergessen, ne? Den da und den da. Ähm... Als erstes brauchen wir unsere Bodenplatten. Die sind ganz wichtig. Nice! Okay, das war's. So, dann den automatischen Ofen haben wir hier. Die Nummer 6. Ich würde sagen, nicht so weit auseinander den ganzen Spaß. Noch einmal dahin. So, ich hätte gerne die Bodenplatte hier wieder, wenn das ginge. Ähm, C war Crouch, ne? Nice. Nummer 6. Dann diese da. Äh, dut, 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 dut. Können wir sogar später 2 herstellen. Ja, wir machen später mal 2. So. Dann. Einmal den da. So. Da hätte ich mir sogar die Welt sparen können. Um ehrlich zu sein. Äh, dut, 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 dut. Einmal Crouchen bitte, danke. Geh. So. Ähm. Ja, da können wir doch direkt eigentlich die hier anschließen. So. Äh, nett. Das lassen wir mal vorsichtshalber so. Ähm. Wir machen jetzt da rein einfach mal hier das ganze Eisenerz. Ich hoffe, das geht so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Der pusht das auf jeden Fall raus. Aber. Ah, jetzt. Kommt das, das kommt da raus. Und geht da rein. Was? Oh, Mann, ey, die Alte. Ja. Ich würde sagen. Wir bauen das hier nochmal ganz kurz alles ab. Denn wir brauchen die eine Welt wirklich nicht. Die wird überbewertet. Äh, Bodenplatte. Bodenplatte. Da. Dann. Und da brauchen wir hier wirklich schon eine einzige Kiste. Äh, C und einmal G zum Baumodus. Und jetzt kommt das ganze Eisen wieder rein. Ähm. Stopp mal. Hä? So, bitte. Ja, na dann. Craft mir Eisen. So, der macht das jetzt so lange, bis das hier alles nur durch ist. Und ich könnte sogar gleichzeitig Stahl herstellen. Cool. Ähm. Ist der hier fertig? Der ist fertig. Dann kommt der wieder weg. Ja, dann ist, wird das hier eigentlich gerade überflüssig. Wenn ich jetzt alles da hinten herstellen kann. Aber ich muss ehrlich sein, dieses Hin und Her rennen, das, ja, kann auf Dauer nervig sein. Und wenn das so weiter geht, glaube ich sogar, dass ich mir noch einen zweiten Furnus irgendwann dahin baue. Aber, das heißt doch eigentlich, das heißt doch eigentlich, dass ich an so einer unendlichen Stelle auch so einen Ofen hinstellen kann, sodass der mir instant das Eis, äh, das Eisenerz zu Eisen herstellt. Ich habe eine ganz dumme Idee. Wir haben ja noch ein paar Minuten, ne? Ähm, ich brauche bestimmt wieder, genau, ich brauche erst mal sechs Öfen, ne? Müsste ich ja noch alles dafür haben, ne? Ne, drei. Mir fehlen Steine. Hallo, ich würde euch gerne mitnehmen, danke. So, dann nochmal ganz schnell drei Stück herstellen. Ähm, Eisen, Kupfer, da, äh, äh, Silber. So. Tö, 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 tö. Wo haben wir's? Da haben wir's. Wir haben noch einen Pusher, wir haben noch ein paar Belts. Und die Wände haben wir auch. das heißt ich werde ja noch mal dahin wandern und erwischen schauen ob ich das wirklich so automatisieren kann dass wir schon direkt die eisenbahnen haben dann wäre natürlich geil dann könnte ich sogar wenn ich bock habe noch mal umziehen auf diese eine insel dort weil da oben hast man ja so eine richtig schöne flache ebene das ist richtig geil und dann hätte ich meine eisen produktion halt dort direkt neben der haustür und ich könnte das dann alles noch automatisch weiter leiten lassen zur tschuldigung zur base und ich angenommen hier oben baue okay jetzt gerade dann schon das ist natürlich nicht gerade gut könnte ich das dann regulär über die welt hier übers wasser zur base kommen lassen die frage ist nur ob ich das auch mache oder nicht oder ob ich dann immer hin und her travel meine ausdauer ich müsste mal was essen na komm das schaffen wir noch das stück so essen 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 noch mal hier gut raus damit dann einmal oh wow jetzt die nummer 6 wenn wir jetzt die dahin machen der schmeißt das halt gleich hier rein geil habe ich noch bodenplatten ja zwei stück 6 und 6 da hier dahin die 6 dann dahin autocraft ähm wo sind das jetzt hin geflogen ah ok da kommen sie äh ich müsste vielleicht hier oben noch irgendwie eine decke ranbauen dass das auch wirklich da drin landet denn ich habe gerade selber gesehen ähm wo ich das abgebaut habe dass da was nicht so reingegangen ist wie es sollte ab die insel ok die insel hier ist auch bald komplett kahl ähm kraftner steinboden der kommt dahin ist das jetzt da reingegangen oder nicht doch aber das nicht hä ich habe noch ein paar belts also ich kann auch noch das geht nicht scheiße ok ich glaube dann ist das ding hier oben scheiße ja jetzt fliegt es wieder ordentlich ja wir haben eine automatische Eisenbahnproduktion nice nice das gefällt mir natürlich äh das erstmal weg das erstmal weg was wir jetzt natürlich mit dem äh Automatik mit der Automatik Assemble Maschine machen keine Ahnung ich weiß nicht ob ich irgendwie äh eine Möglichkeit habe auf Kisten zuzugreifen über irgendwas bestimmtes ähm ja hier lassen wir auf jeden Fall erstmal schön unsere Eisenbahn herstellen wir haben immerhin schon 24 Stück so dann werde ich mich jetzt zurück zur Basebegeben und mal schauen was wir in der nächsten Folge machen wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da äh der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube Algorithmus und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dann bleibt entspannt genießt den Tag und Bye Bye . . . Tim . . Bis zum nächsten Mal.